In Langen bei Frankfurt vermarktet Hermann Immobilien hochwertige Eigentumswohnungen im Neubauprojekt Angulo. Die Wohnungen verfügen über zwei bis vier Zimmer und Wohnflächen von circa 48 bis 124 Quadratmeter. Die Ausstattung ist gehoben. Gebaut wird in massiver Stein-auf-Stein-Bauweise und zur Auswahl stehen 21 durchdachte Grundrissvarianten. Elemente der hochwertigen Ausstattung sind schöne Balkone, Dachterrassen und Terrassen mit eigenem Privatgarten. Für Behaglichkeit sorgen Fußbodenheizung und Parkett in allen wohnten Schlafräumen. Offene Wohn-Essbereiche und großzügige Grundrisse vermitteln ein weites Raumgefühl. Der Neubau entsteht in moderner Architektur in Holzoptik. Große Fenster lassen viel Licht in die Zimmer. Umgeben sind die Mehrfamilienhäuser von weiten Rasenflächen.